Hi meine Filmfreunde, ich hab da wieder was für euch. Heute geht es um den schönen Disney Animationsfilm Raya. Ich habe mir die italienische Version geholt, deswegen heißt das hier Raya, L'Ultimo Drago, also der letzte Drachen und ich fand diese Edition sehr sehr schön und musste sie haben. Wir hatten uns das ganze auf Disney Plus angeguckt und wir waren völlig, also ich war total begeistert von dem Film oder von den Animationsfilmen. Ich mochte den sehr und hab mir dann gedacht so, Mensch, wenn ich irgendwo das Steelbook ergattern kann, dann wird es meins und hier ist es. Dann will ich euch das ganze mal vorstellen, da es ja noch nicht geöffnet worden ist, machen wir daraus auch eine Premiere und ich bin sehr gespannt, denn es soll und es ist sehr schön verarbeitet, es glänzt, es macht einen unglaublich schönen Eindruck und ja, nehmen wir das hier ganze mal raus. Ich zeige euch erstmal die Egyptcard, natürlich klar auf Italienisch, da stehen halt alle Informationen drauf auf Italienisch, aber nun ja, ist ja auch völlig Wurst, weil es geht ja hier um den Film und ja, deutsche Sprache hat es ja so, aber es ist wirklich sehr, sehr schön, wertig. Dann auch hier Raya und ja, man hört es, also es ist nicht irgendwie wie bei manch anderen so dieses Papier oder dünne Papier, sondern richtig schöne dicke Kartonage und man kann es auch da rein stellen. So, wollen wir aber doch mal uns das schöne Steelbook anschauen und das sieht ja auch mega aus. Ja, jetzt wegen meiner Lampe, aber richtig schöne Farben. Schick, schick, schick. Das ist einmal die Vorderseite und ja, sehr, sehr schick. Also mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Auch hier die Wassertropfen, die sind richtig gut gemacht. Also sehr hochauflösende Bilder dazu genommen. Also ein sehr schönes Artwork. Dann haben wir hier einmal das Spime und dann haben wir hier natürlich Disney als Filmverleiher. Dann haben wir hier den Filmtitel. Dann haben wir hier auf der Rückseite sehr, sehr schön. Sieht auch richtig, ja, dieses Leuchten, das kommt schön, schön rüber. Richtig, richtig schick. Dann wollen wir das Ganze doch mal öffnen. Nehmen wir mal ein bisschen die Werbung hier raus. So, dann haben wir hier einmal den Hauptfilm. So sieht das Ganze aus. Den packt ich mal zur Seite. Dann haben wir hier nochmal eine Bonus. DVD ist das. Und so sieht das Ganze geöffnet aus. Hier haben wir mal Raya. Richtig schön. Ja, ich finde, es geht doch voll klar. Also ist ein wirklich schönes Stil. Ein sehr schönes Artwork genutzt. Und mir gefällt es, und das ist die Hauptsache, da ich ja sehr gerne Animationsfilme schaue und ich eine mittlerweile doch schon sehr große Sammlung an Animationsfilmen in meiner Sammlung habe, durfte natürlich, ja, diese schöne Geschichte und dieser wirklich klasse Film nicht fehlen. So, das war es dann auch. Ja, ich hatte zur italienischen Version gegriffen, weil sie mir sehr gut gefallen hat. Ich meine, es gibt, glaube ich, nicht großartige Unterschiede, außer an den Tonspuren zu den anderen. Ähm, preislich war das natürlich, glaube ich, auch eine Sache. Und, ähm, ja, mir hat es sehr gefallen und habe dann zugegriffen und, äh, habe es dann damals zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen. Und, äh, ja, da freut man sich doch über. So, das war's. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Vielleicht bis zum nächsten Mal und ciao, arrivederci, bye-bye, euer Daniele. Danke, dass du zugeschaut hast und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Äh, wenn ihr so richtig Bock habt, dann schaut doch mal auf Instagram vorbei, unter danielesstilbooks bin ich zu finden. Da gibt es noch wesentlich mehr zu schauen und zu sehen. Ciao. Denn.